Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Einheit in der Reihe vom objektorientierten Modell zur Softwareanwendung. Wir haben ja eben angefangen, unsere Daten ein bisschen zu filtern, also quasi bestimmte Daten zu selektieren. Und jetzt wollen wir uns ein bisschen damit beschäftigen, wie wir die Daten bei der Abfrage schon zusammenfassen können. Wir nennen das Aggregieren. Okay, übertragen wir das mal ganz kurz auf ein typisches Objekt. Also wir haben ja dieses Personenobjekt, das kennen Sie ja jetzt schon. Ich habe das jetzt mal hier noch um ein Alter angereichert, habe dem jetzt also so ein Given Name, Family Name und Alter verpasst. Und habe ihm noch so eine ToString Methode verpasst, damit wir nachher ein bisschen besser das sehen, was wir da tun. Und jetzt habe ich hier einfach mal, das ist ja der uns bekannte Datensatz, also hier mit Otto und Erwin und Jan und so weiter. Die habe ich jetzt einfach mal instanziert. Also es gibt jetzt einfach diese Reihe von Personen in einem Array, das heißt Persons. Okay, wenn ich die jetzt ausgebe, dann sehen wir, okay, die werden jetzt hier ausgeben. Das ist jetzt der Tatsache geschuldet, dass ich die ToString Methode überschrieben habe, dass der jetzt hier im Prinzip gleich uns das vernünftig darstellt. Ja, das ist ja auch genau das, was wir haben wollen. So, und bevor wir jetzt uns da das Auswählen nochmal angucken, würde ich sagen, wir gucken uns jetzt mal das mit dem Sortieren an. Also die Idee ist jetzt, dass wir sagen, naja, also diese Personen, die sind jetzt in irgendeiner Reihenfolge in diesem Array gelandet. Und das ist tatsächlich so. Also bei einer Datenbank ist es so, die optimiert sich ja zwischendurch selber. In welcher Reihenfolge tatsächlich die Daten da drin liegen, wissen wir nicht. Das heißt, die kommen, ich sage jetzt mal, in irgendeiner beliebigen Art und Weise. Das heißt, wenn Sie irgendwie wollen, dass das in irgendeiner sinnvollen Art und Weise dargestellt wird, dann müssen Sie die Reihenfolge in der Abfrage mit definieren. Und die einfachste Art und Weise ist hier über dieses Order By. Das Order By ist jetzt nichts anderes als eine Funktion, die auch wieder auf dieser Liste ausgeführt wird. Und da drin ist einfach ein Lambda-Ausdruck, der mir aus dem Objekt das Attribut rausholt, nachdem sortiert werden soll. Das heißt, was der macht, der geht jetzt einfach diese Personenliste durch und verfüttert die diesem Lambda-Ausdruck. Dann kriegt der ja eine Tüte Strings und nach der Tüte Strings sortiert er. Und das macht er hier unten mit dem Alter genauso. Wenn wir das jetzt mal machen, dann sehen wir, alles klar. Wir haben jetzt mal nach Given Names sortiert, also Erwin, Hain, Jan, Klaas, Otto und Pitt. Dann habe ich nach den Family Names sortiert, Blöd, Fischer, Meier, Müller, Schmidt und Schulze. Und dann habe ich nach dem Alter sortiert, Jan ist 25, Hain, Blöd ist 29, Erwin Schmidt ist 34, Otto Müller ist 56, Klaas, Schulze ist 69 und Pitt, Fischer ist 82. Also bis dahin alles wunderbar. Einfach dieses Order By, dann kann ich da irgendwelche Sachen angeben. Und wenn ich nach mehreren Sachen sortieren will, kann ich ja auch diesen Lambda-Ausdruck hier entsprechend komplizierter machen. Da kann ich ja einfach C-Sharp reinprogrammieren. Hält mich ja keiner von ab. So, jetzt kann ich hier mal auf diese Person auch mal so einen Filter anwenden. Was ich jetzt mal gemacht habe, ist, ich habe hier so einen Lambda-Ausdruck, der einfach nichts anderes macht, als den Given Name sich rauszuholen und gucken, ob in diesem Given Name zwei T's drin sind. Das contains ist ja eine ganz normale Methode am String und die gibt true zurück, wenn da zwei T's drin sind und false, wenn da eben nicht zwei T's drin sind. Das kann ich hier ganz normal als Filter verwenden. Und dann sehen wir, okay, also Otto und Pitt haben zwei T's in ihrem Vornamen. Alle anderen nicht. Gut, jetzt ein einfaches Beispiel, aber so funktioniert das. Das Ganze kann ich jetzt auch beliebig kaskadieren. Also nehmen wir mal an, ich möchte jetzt zum Beispiel die Zahlen nach ihrer Quersumme sortieren. Jetzt war losgelöst vom Sinn dieser Veranstaltung. Jetzt geht es einfach mal ums Prinzip. Also, dann könnte ich jetzt so eine Methode schreiben, die mir aus einer Zahl die Digits rausholen. Also im Prinzip immer durch 10 teilen und das rausgeben. Und das mit dem rausgeben haben wir ja hier mit dem Yield Return schon gesehen. Das heißt also, ich kann aus einer Zahl, aus einer Ganzzahl einfach eine Reihe von Ganzzahlen machen. Und das sind dann ihre Einzelteile. So, jetzt machen wir das erstmal hier ohne die Summe. Da sehen wir, okay, also aus der 43600760 wird 43600760. Das passt. Und jetzt kann ich hier eine Aggregationsfunktion direkt drauf ausführen. Da gibt es jetzt mehrere. Fangen wir mal mit der einfachsten an. Das ist die Summe. Das wäre jetzt für eine Quersumme schon mal ziemlich cool. Und die kann ich einfach an so eine Liste mit aufsummierbaren Typen dranhängen. Und dann macht er mir eine Summe da draus. Was wird da rauskommen? Da wird ein Integer rauskommen. Und zwar genau die Quersumme. Also 4 plus 3 plus 6 plus 7 plus 6 plus 0. Und das funktioniert folgendermaßen. Also das hier ist ja, das haben wir eben gesehen, eine Auflistung voller ganzer Zahlen. Und dieses Sum summiert hier einfach auf. Passiert also nichts Großartiges. Muss man einfach nur wissen oder eben nachgucken, wenn man es braucht. Und daraus kann man jetzt im Prinzip hier so eine Funktion schreiben. Also so eine Cross-Total-Funktion. Die macht jetzt, die holt die Digits und summiert die auf und gibt das Ganze zurück. Kommt auch wieder 26 raus. Gut, ich habe die gleiche Zahl reingesteckt. Das hätte uns jetzt gewundert, wenn es anders ausgesehen hätte. Ja, und jetzt benutze ich die mal, indem ich hier erst 20 Fibonacci-Zahlen mir nehme. Und jetzt sage, sortiere mir die doch mal nach der Quersumme. Das heißt, jetzt wird jede Zahl dieser Quersummen-Funktion verfüttert. Dann kommt eine Quersumme raus und nach diesem Datum wird dann sortiert. Was kommt raus? Wer hätte es gedacht? Wieder eine Liste mit uns ziemlich bekannten Zahlen. Das sind die ersten 20 Fibonacci-Zahlen. Aber eben sortiert nach der Quersumme. Und da sehen wir hier unsere 610, die wir eben schon mal gesehen haben. Die hat die Quersumme 7. Die ist natürlich vor der 8. Ja, und der hier hat auch die Quersumme 8. Der ist also hier. Der hier hat schon mal die Quersumme 9. Der hat die Quersumme 10. Ja, sehe ich. Also wird das hier immer größer. Klar, die größeren Zahlen haben natürlich auch in der Regel eine größere Quersumme. Die sind dann hinten. Aber jetzt zum Beispiel die 9, 8, 7. Das ist schon mal eine ziemlich große Quersumme. Die ist natürlich ganz hinten gelandet. Ja, also so kann ich jetzt wieder, kann ich mir für eine Reihenfolge sorgen. Auch hier wieder. Es geht alles schön mit Lambda ausdrücken. Das kann man also alles schön da reinschreiben. Auch hier wieder die Frage, in welche Reihenfolge es macht. Also ob man erst sortiert und dann ummodelt oder erst abfragt. Oder dann sortiert und so weiter. Also in der Regel ist es so, dass es am besten ist, man macht erstmal eine Where-Clause, um rauszukriegen, was man überhaupt verarbeiten will. Und dann vielleicht die Select-Clause, um zu sagen, okay, da möchte ich ein bisschen rumhantieren oder nur einen Teil davon auswählen. Und dann ganz zum Schluss in der Regel so eine Order-By-Clause, wo es dann darum geht, in welcher Reihenfolge soll uns denn das Ganze hier da geboten werden. So, das waren jetzt die wichtigsten Funktionen zum Filtern und Aggregieren. Wir haben die ja jetzt in C-Sharp implementiert. Aber am Anfang hatte ich ja gesagt, es gibt auch noch die Möglichkeit, die in LinQ zu formulieren. Das ist ja eine Sprache, die in die anderen beiden Programmiersprachen C-Sharp und Visual Basic.net eingebettet ist. Und das überwachen wir im nächsten Abschnitt. Da übertragen wir dann die Abfragen mal in so LinQ-Ausdrücke. Danke. 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 Danke.